Ich hab auch geklebt, dass ich gar nicht mein Sitzfleisch tut weh. Ah, Mann, Mann, mein Arsch ist so fett, ich kann nie weh. Die ganze Zeit kämpf ich gegen Dahls und dann steht da die UF Wreck bei Pussy. Ja, ist auch super. Ich hab auch Robe Trigger gekillt. Du hast uns beide erwischt. Huch. Echt jetzt? Ich hab auch nur ein Kill. Bei mir steht die UF Wreck bei Pussy. Jetzt. Jetzt auch. Ach ja, du warst der Iceman. Mein Bein tut weh, Pussy. Ja, ich bin Iceman. Robjo ist... Der andere. Richtig. Richtig. Das ist so unlogisch. Bald bin ich im Krüppel und werde ausgestellt im Zoo oder so. Ähm. Nur so zur Information, weil wir müssen ja auch Informationen machen und so. Äh. Wenn man Krüppel ist, kommt man nicht im Zoo. Echt jetzt? Wollte ich nur mal kurz, bevor... Wenn du ein Stummelbein hast und ein so voll langes, dann ist das so sensationell. Da kommst du trotzdem nicht im Zoo. Dann wirst du aber in den Käfig gestopft und ausgestellt. Ja. Museum. Oder eher in den Käfig gestellt und ausgestopft. Nein, nein. Du musst leben, wenn du so krüppelig rumläufst. Das sieht lustig aus. Ach so. Übrigens, ich habe einen kleinen Vorteil über euch wahrscheinlich. Ich habe ein 7-Boot-1-Headset und höre die Segen, wenn sie von hinten kommen. Ich doch auch. Hast du auch ein 7-Boot-1-Headset? Nein, aber ich habe ein Headset. Das reicht. Ich habe einen Achteil. Ich habe keinen Sound an. Ja, das hat immer... Ja, dadurch, dass... Das ist das... Das ist das krasse. Das hat keinen Sound an und ist trotzdem so gut. Das ist voll fies. Ja, das hat die Erfahrung. Das stimmt. Ich habe Erfahrung. Ich bin ein alter Sack. Ende 30. LOL. Aber jetzt, wir sind 15 Jahre alt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich bin 70 Jahre alt. Du, du. Stirb, ja! Nein! 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 Du auch, doch, nein! Du sollst doch sterben, hab ich gesagt. Ich habe Robbenzüge geduldet. Oh, ich war doch. 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 So, machen wir mal ein bisschen Pussy-Modus. Was für Pussy-Modus? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Na gut, wenigst. Bei Darius hat's funktioniert. Darius, ich hab viele Frags. Pascal, ich lieb. Nein, das gibt's doch nicht. Ich hab 16 Kills. 16. Direkt vor ihm treff ich trotzdem nicht. 16. Ich hab 4. Ich hab so wenig Quote von Conan. Nein, nein. Ich hasse diese Map. Ich hasse diese Map. Ich hasse diese Map. Immer noch. Schon als Singleplayer war die Kacke. Warum? Die waren okay. Nein. Du musst das bisschen gucken, dass du schnell Kills machst, weil die Bots sich voll schnell geht, oder? Ja, das ist egal. Ich hasse, wenn du mal richtig so 10 Kills in 4 Sekunden haben musst. Ja. Egal, ich bin durch. 4 Kills in 10 Sekunden? Was? Andersrum. 10 Kills in 4 Sekunden. Damit die Bots nicht gewinnen. Jo. Das ist Singleplayer-Con. Wie soll das denn gehen? In 4 Sekunden? Kann's doch gar nicht so... Das ist Redewendung. Ach so. Das hätte mich jetzt auch ein wenig gewundert. Richtig schlautert viel. Ja. Ja, du weißt doch, ich nehme immer alles wörtlich. Oh. Wie ist das? Er hat mich wirklich getötet. Ne, das ist nur eine Redewende. Guckst du näher. Ja. Ich komme von oben. Ich fiede und regne. Mh. Ey Conan, wir führen. Ja, das ist... Das ist eine seltene Sache. Uh. Unser Fan. Klatsch. Nein. Ach, Mist. Jetzt habe ich gerade aufs Leaderboard geguckt. Robchoo. Hi. Drücken. Ich sehe die Zahlen nicht. Da ist eine scheiß Energieleiste davor. Ich sehe das nicht, wer den Punkt hat. Egal. Hä? Guck einfach unten links. Oh. Schlauheit. Das kommt. Das ist nicht wahr. Ich dachte, ich muss Tab drücken. Oh, wir können uns hier für hinkennen eigentlich. Ja, die Zahl kann man nicht lesen, Alter. Ja, richtig. Da bin ich dann auch festgestellt. 9964 oder was? Nein, da unten reicht ja vollkommen aus. Oh, stirb übrigens. Ein Kill. Aha. Aha. Ach, da unten. Das ist ja voll praktisch. Da kann man ja immer hingucken. Hätte ich mir eher drauf achten sollen. Aha. Haha. Nein. 16 zu 11. Dann kann ich jetzt auch Zahlen moderieren. Juhu. 16 zu 12. Oh, der wird mal Kommentator. 17 zu 12. Wenn du Kill machst, steht der auch. Oh. Du kommst oben. Ist der auch Kommentator? Irgendwie schon. Nein. Doch, klar. Zeitarbeiter. Die Schüler sind... Die Schüler sind... Ja, denke mal. zwei aufkommen. Ja. Ist echt so. Einig ist wieder... ein... Kommentator von... ich weiß nicht... Minigolf-Turnieren oder so. So lustig wie die sind. Oh mein Gott. Zwei Menschen. Das gibt's doch nicht. Du bist doch in der Ecke. Wieso treff ich dich denn da? Endlich. Alter, das ist... Das ist so fail. Hinter mir war der. Wie... Oh mein Gott. Was war der? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hauptschule. Halt. Woh. 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 Baken beim Fahrdenkreuz. Ist klar. Der H killed. Ne? Schle pesos an! Jürgers. So wie in allen anderen Phase von Kon laborieren. Ich hecke immer... Nein! Darius hackt denn EIN doll. Spiel. Ich lige in Ecke festschipp! Jaja... Ich hecke Darius hackt sich seine kills airline doll mit Cheat Engine hoch. Nein! So damit der ne gute Statistik hat! Oh Gleichstand, six-sex! Oh! Oh! Loll. ich habe mit einer Säge zwei Typen gekillt ja die Flick durch Versteckte und nun schon wieder ich bin gerade durchgelaufen ich habe das nicht bewusst ich schießt nein mein Kiel ne der ist schon genug vor ihm ich kenne ich alle kleinen das kenne ich ich will ich mal Pfff au aber was kann ich dafür nein dafür sind Spieler gleich am Ende oh Sniper nein das war gut wir gewinnen trotzdem wenigstens tsch tsch die 3 4 was kann ich noch etwas zu tun 1914 9 oh ich weiß gar nicht viel zu machen 14 ich habe 6 aber auch ein Wobei! Oh nein! Geht doch! Geht doch! Geht doch! Geht doch! Haben wir überhaupt schon einmal insgesamt gewonnen? Nicht, oder? Nein! Alles gut! That happens! Boah! Vielleicht sollten wir nächstes Mal andere Teams nehmen. Vornein und ich und Robjoo und Darius vielleicht. Ich mag Robjoo und Darius vielleicht. Das ist doch völlig egal. Warum, die zwei Pros gegen die zwei Noobs ist doch super ausgeglichen. Ja, sicher. Dann nehme ich mir Conan. Wie riecht ich denn? Oh nein! Geht... Nein! Zwei Meter habe ich geopfert. Für geopfert? Das geht durch, ja. Oh nein. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Conan steht direkt vor mir und Robjoo trifft. Hauptsache ein Roter hat getroffen. Oh. Ich wusste auf jeden Fall, dass Sägen hochkam. Da! Malo! Achja, das ist ein Hühnchen. This time not. Ey, ich sagte this time not. Okay. Dann erklären erstmal Englisch und dann mach ich. Not this time. Not this time. See you next time. Ah. Na. Na immerhin. Oh shit. Oh. Oh. Das war alles so gut hier. Ja, das ist... Das ist... 13 Pascal. Das ist leider... Das ist leider... Das ist so... Zwei gegen eins. Woah! Hello, mein Freund. Boah, was? Er hat sich auch getötet. Hello, mein... Stirb. Mann. Was hat... Stirb! Nein! Stirb, 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 stirb! Yes, sir! Huh! Nein! Oh! Das gibt's doch nicht. Tarius! Teamkiller-Noob Report! Abfucking-Noises! Report for being noob! Nein! Oh fuck! Nein! Weiss! 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 Aber wir hatten 16 Kills. Das war gar nicht mal so... Schlecht. Kuss gezeichnet! Was? Was zur Hölle? Nein! Das war nicht. Unser Fan, würde ich mal sagen. Lol. Oh, hallo. Boah, ich hab doch... Ich hab... Solange nicht mit diesem komischen Like-Ding ankommt, was die Buy-By-Play haben, passt das. Was... Was denn los? Was ist denn das? Die haben da so'n... Weiss nicht, auch so'n, 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 so'n Ding halt, was so'n, äh... Sound-Up spielt auch nur liken, liken, liken. Nee, 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 mach ich nicht. Ich mach das nicht so oft. Die haben's nötig. Die gerade, die, ja. Schaff mir 11.000 Likes in 4 Sekunden? Wenn ja, Daumen hoch! Daumen hoch und du atmest. Rein schnell, nein! Teleporter! Guckt das, guckt das jemand von euch? Warte, ich bin schon sehen. Ich hab mir eigentlich die Folgen alle angeguckt. Also angeschaut hab ich's mir bisher auch, aber ich bin im Moment schon eher enttäuscht, muss ich sagen. Hey, Moment, worum geht's? Ich hab' dich getötet, Pascal. Wom geht's denn? Y-Pascal! Egal! Y-Play, Y-Play scheiße. Pascal! Wir können uns mit den Titelpartnern töten. Echt? Ich hab' mich gerade getötet. Das heißt, wir haben einen Minuskill bekommen, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht was... Ja, ist... Ich hab's verstanden! Oh! Das will nicht tun. Okay. Nein! 7 zu 6, das holen wir auf. Ja, was kann. Komm, Hilfe! Oh! Oh! Ich hab' dich getötet. Ich hab' dich getötet. Du hast nicht getötet. Nein! Mist, schon 9 zu 7. Das holen wir auf. Oh fuck, wieder zwei. Oh! Ich hab' dich getötet. Boah! Boah! Von da oben! Nicht so lecker! Nice! Von weit weg treff' ich, aber von da ran nicht! Ist klar! Ja, nah komm, der ist doch scheiße bei... in dem Klick noch zusammen drin schlossen. War hier nicht gerade... Wo ist er hin? Na da! Da! Aua! Oh mein Gott! 12,9! Das holen wir auf! Klar! Hey! Hopp und hopp! Aua! Hopp und ne! Phoenix aus der Asche! Oh Gott! 14,11! Das holen wir auf! Egal! Ich bin das ordentlich. Oh, wir haben meine 7 Kills. Okay, passt. Ja, genau! Direkt... Pass ich's... Eier! Oh wei, oh wei! Schon 17,11! Mist, das holen wir nicht mehr auf! Klar! Die sind die Besten! Die! Nein! Ach, Mann! Boah! Na! Ach, ich dachte ich komm doch schnell hinterher! Nee, ist nur... bisschen... Was ist das denn? Delay! Oh! Oh!